So, nachdem das letzte Mal bei diesem seltsamen, ähm, nein, nicht bei diesem seltsamen, sondern es war etwas seltsames passiert, der Scaf, den ich gekillt hab, hat einfach Dauerfeuer und den Helikopter gemacht. Und deswegen war ich so in Panik, dass ich diese Leiche nicht mehr looten konnte, um nach dem Schlüssel zu suchen, um dann da in diesen Container reinzugehen, um den Loot zu holen. Deswegen machen wir jetzt, versuchen wir, versuche ich, genau das jetzt zu tun, die Leiche looten, in den Container gehen und dieses Ding holen. Und hoffentlich geht nicht schon wieder irgendein Kill Wild und macht großen Unsinn. Wir sind schon wieder Granaten explodiert, ich will nur den Schlüssel holen. Könnten Sie bitte sterben? Danke. Schlüssel haben wir. Ich geh diesmal nicht übers Vor. Ich hab Angst, wieder in die Goons reinzulaufen. Sie sind mittlerweile auf jeder Map fast gespawnt, auf der ich war. Es wird mir langsam zu viel. Deswegen eine sichere Route. Oder eine hoffentlich sichere Route. Außenrum. Okay. Oh, noch einer. Weg. Was schießt auf mich? Ja, da oben. Da ist sie. Nicht gut, nicht gut. Fuck. Komm schon, Junge. Shit. Hat auch überhaupt nicht das richtige Scope dafür. Okay. Enten schreit auch einer. Unverschämt, wie häufig er daneben geschossen hat. Nein, ich bin einfach gut im Dodgen. Na bitte. Oh nein, das ist... Oh nein, das ist... Oh oh. Ne, das sind normale Scavs, oder? Mit euch. Sind hier einfach sechs Scavs gespawnt. Oh, der nächste Sniper, Mann. Hier sind doch auch noch andere PMCs auf der Map. Oh, der hier ist dann. so und einfach sechs vor meiner nase rein liegt hier lud oder so ist das bier für eine von denen braucht man glaube ich einen schlüssel für beide kann ich dass diese poste fix in game machen leute heiland zack leer ja noch einer dahinter ihr wollt mich doch verarschen darf ich vielleicht mal bitte chillig meine farben einstellen abbrechen 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 oder auch nicht ok draußen keucht noch irgendwo einer den muss ich gut erwischt haben mit den letzten kugeln aus dem großen magazin sind hier schon wieder 34 unterwegs aus 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 wieder leer Tür was hast du für ne Waffe ne Saiger unnütz ah warst das langsam hab ich alle erwischt nützlich ebenfalls nützlich was bist du ne lohnt sich glaube ich nicht oder ist das eine die man für ne Quest irgendwann mal braucht weiß ich nicht was haben wir hier noch ein Splint das ist schon mal was danke schön für den Hinweis liegen hier 3 aufeinander oder hab ich hier nur 2 gekillt die nehme ich einfach mal mit weil TT die Pistole finde ich ganz cool das Scope von der und die spiele ich ganz gern wenn es um Pistol Kills geht hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert Brille Clown taugt die was oder was Ray Bench er lebt nicht mehr ich werde hier aber auch nicht in Ruhe gelassen gerade ne oh nice leider kein 206er Schlüssel 206er Schlüssel so da hinten müssten auch noch 2 Kumpels liegen dann hab ich den gekillt hab ich den gekillt er ist ein PMC glaube ich ich hab jetzt bald Munitionsprobleme der redet skeffisch wo ist der Kumpel mit dem Cowboyhut hin da da ist eigentlich cool die mag ich meine Güte nice dann fixen wir mal noch schnell meinen meinen Arm und War Mage das glaubt die schlechteste ne ach du scheiße naja zumindest hat den jetzt nicht gefixt ich dachte er fixt den almost empty meine Güte ich hab keine Munition mehr und keine Zeit und keine Zeit ich weiß nicht was hier von noch weg kann ne ich sehe den dafür habe ich keine munition ich weiß nicht eigentlich habe ich gedacht ich hätte ihm ins auge geschossen hier los man da hinten sitzt noch einer wenn ich überhaupt zum richtigen ausgang ich habe keine ahnung ja mache ich tue ich gar nicht auf ich sitze in diesem einen räumchen und will mich nur ein bisschen heilen er muss er er muss natürlich sich in dem moment weg drehen sj6 ich habe keine ahnung was ein sj6 ist musste für die ausdauer alles gut mir ist mach auf das loch ich hasse das auch also bei tarkov dieses türen öffnen und looten ist auch so seltsam oh man eh wilder raid es waren tatsächlich zwei josex am ende noch dabei irgendwo keine ahnung war das anstrengend vor allem mit den ganzen mit meinen ganzen obs problem heute vormittag das war wild da muss ich mal gucken was ich für euch auf youtube da daraus gemacht habe in dem fall es ist ja jetzt danach schon alle die es noch nicht kennen nicht erschrecken ist zukunftssasilo hier danach gab es noch eine ganz witzige situation in einem scaf raid auf streets das zeige ich euch noch kurz bis dann tschüss ähhhhh status died nickname silvermoon levelkennar wo steht wer ihn gekillt hat steht hier doch gar nicht oder weapon vog und der andere killed bei silvermoon lol lol die zwei pmc's der eine hat den anderen genädet und sich damit selber genädet jawohl